Ich habe dir was von mir zu Hause mitgebracht. Er hat mir immer gehofft, als ich krank war. Nee, bitteschön. Dankeschön. Geht's dir denn ein klein bisschen besser? Geht's so lächeln? Geht's dir denn ein klein bisschen besser? Sag mal, kannst du mal aufhören? Also mir reicht's, ich bin weg. Ein, drei, sechs, sechs, drei. Hier, bitteschön. Kein Stock. Na! 1, 2, 1, 3! Ich hab dich gestern schon gewarnt. Ich kann dein Gesicht nicht ab. Boah, mir reich ich verschwinde. Wir müssen das klären, das geht so nicht. Die sind doch beste Freunde. Du hast recht. Ich rede mal mit ihr. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich. Eigentlich ist ihr Gesang ja doch ganz gut. Ich hatte ihr Gesang genervt und gestört. Das hab ich ihr auch schon mehrmals gesagt. Aber am liebsten würde ich jetzt einfach von vorn anfangen. Wie wär's, wenn wir sie suchen gehen? Ja, genau. Okay. Tschüss. 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 Entschuldigung. Nein, ich entschuldige mich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020